Muren, Überflutungen und Stromausfälle. Eine heftige Gewitterzelle zog Sonntagabend über Osttirol. Wegen Verklausungen mussten unter anderem die Wirgenthalstraße zwischen Wirgen und Brigraten gesperrt werden. Nun laufen die Aufräumarbeiten. Am Sonntagabend hieß es zunächst, dass aus Sicherheitsgründen auch mehrere Häuser nach Wassereintritt evokiert werden mussten. Dies sei nach Angaben des Landes Tirol jedoch nicht der Fall gewesen. Es sei zwar Wasser im Keller geflossen, die Bewohner durften aber in ihren Häusern bleiben. Die Freiwillige Feuerwehr stand in den Nachtstunden im Einsatz und begann mit den Aufräumarbeiten. Nach einem Lokalaugenschein am Montagmorgen ist klar, die Wirgenthalstraße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Wie lang die Sperre aufrecht ist, ist noch unklar. Am Montagvormittag werden die Gräben durch Mitarbeiter der Landesgeologie bzw. Wildbach- und Lawinenverbauung beflogen. Danach soll die Lage besser beurteilt werden. Anschließend kann mit den Aufräumarbeiten gestartet werden.